Okay, wir haben jetzt hier das neue Apple TV auf dem großen Fernseher. Da unten links die kleine schwarze Box ist es. Und was wir hier sehen, ist das neue Menü. Wir sind jetzt hier im Filmbereich drin. Erinnert ein bisschen an das alte Menü noch. Ich habe halt die Auswahl entsprechend der DVD-Covers, Film-Covers. Genesempfehlungen hatten wir auch schon in der gleichen. Okay, can you go back to the main menu once? Das hat sich nicht groß geändert gehabt. Was hier relativ neu sind, die Icons jetzt im iOS-Stil eigentlich. Das sieht beinahe aus wie auf dem iPad oder auf dem iPad. Das Musik-Iconen dergleichen. Also deutlich farbenfroher, vielleicht auch attraktiver. Während die Menüs dahinter im Wesentlichen gleich geblieben sind. Also da hat sich noch nicht so viel geändert. Das ist, denke ich mal, vom User-Interface her deutlich aufgefrischt einfach mal. Wesentliche Neuerung ist ganz klar 1080p. Also die Full-HD-Video-Ausgabe jetzt mit dem Apple TV dank dem neueren verbauten Prozessor da drin.